Warum erzählen wir? Es ist das Werkzeug, mit dem wir leben, also unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft, zu materialisieren, in eine feste Form zu gießen, imstande sind. Die Vergangenheit, in dem wir deren Geschichten durch das Erzählen lebendig und in Erinnerung halten. Die Gegenwart, wo wir versuchen, unsere größte Sehnsucht zu stillen, in dem wir ohne Unterlass versuchen, ein Gegenüber durch das Erzählen zum Zuhören zu bringen. Und schließlich die Zukunft, denn wollen wir, dass unsere Taten, Worte, Gefühle nicht durch das Vergessen ausgelöscht werden, müssen wir dieses Wichtigste aller Spiele erzählen und zuhören, an die weitergeben, in deren Händen unsere Zukunft liegt, an unsere Kinder. Sie sind alle unsere Hoffnung, da sie eines Tages von dieser unserer Zeit, von der Gegenwart, die dann längst Vergangenheit geworden ist, erzählen. Denn was kann es Schlimmeres geben, als vergessen zu werden? Deshalb gibt es das Erzählen.